Jo, herzlich willkommen zurück bei World of Warships. Da haben wir ja jetzt eine Weile schon gar nichts mehr gemacht. Weil äh, da habe ich Assassin's Creed Syndicate gamed. Eine Runde und so eine Weile lang. Ja und äh, da müssen wir jetzt zuerst wieder mal ein wenig reinfinden. Äh, da müssten wir noch jetzt eine Rumpfverbesserung haben. Aber, ob ich das nehme, da schaue ich lieber, als ich auf Dings herkomme. Auf Cleveland. Äh, dann nehme ich das. Weil Albturm 2 weniger, Torbato-Werfer minus 2. Äh, glaub ich nicht. Mal schauen. Aber ich glaube es nicht. Äh, ja. Eben, heute mal machen wir mal einen Korb. Zum Eingewöhnen werden. Ja, und wie üblich haben wir den Neustjahrs-Lane-Mod drauf. Ah, das sieht gar nicht schlacht aus. Das sieht gar nicht schlacht aus. Gut verteidelt. Überall ein paar klein. Drei, drei, vier. Ja, ja, doch. Doch, das geht nicht leid aus. Das sieht gar nicht schlacht aus. Ja, auch machen. So ein bisschen St. Louis und Cleveland mässig. Gute Feuergarten. Action stations. Action stations. Good luck and fair seas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, wir gehen ja ganz zu hoch. Sammeln. Dash at a hole. Let's give them a hard time. Flutzig tragen. Also gehen wir mal hier durch. Was haben wir da neben dran? Oh, die St. Louis. Die habe ich ja ein wenig ausgemustert. Aber ich glaube, die holen wir dann. Das finde ich, ehrlich gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Keine bessere Schifte. Aber die hat schon insetzt. Das finde ich, ehrlich gesagt, Die hat ja auch Kanonen bis zum Obwink. Genauso wie, äh, Cleveland. Requesting fire support. Äh, äh. Pfff. Ja, ja, komm. Received. I'm on it. Boah, was? Was kommen denn dort für Fliegende? Aus Zeit, wie zeigt er mir die Bombe? Ja, leck mich fett du. Das sehe ich ja zum ersten Mal so. Was seid ihr eigentlich für ein Flugzeug da oben? Auch hier schon. Hier schon. Die haben auch schon. Die haben auch schon. Ach, du f***ing sch***. Ach, du f***ing sch***. Oh, St. Louis. Ich hoffe, die Frau. Ah, da kommt einer durch. Was kommt dort hinten für ihn? Ne, gar zu sch***. Ach, du f***ing. Und ne, Oma. Und ne, Oma. Ich muss hier auch noch mal reinpacken. Oh, gut drauf. 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 Man kann dort runterricken. 500 mack yard Workinger. Open, open, open. Oh mein Gott. Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Woaaah! Ich bin dann nicht der Eiffel-Signal. Oh, stoppages, wie squitzt. Warte, die Haltversache. Warte, die Abschuss. Das war's mir. St. Louis, wo bist du? Hinter mir. Komm mit. Die anderen sind auf der anderen Seite. Könnten wir hier Richtung Flugzeug drehen? Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt müssen wir hier rufpassen. Da bin ich aber an Passatakodane, wo wir das hatten. Ich habe es dann mit den Tövrugzeug drehen. Das ist doch fast schlimm. Das ist doch fast schlimm. Und weg ist es. So. Was ist das? Fugataka. Ich glaube, ich habe das Bedeutung für uns. Ich glaube, ich habe das Bedeutung für uns. Oh, die sind aber da. Sehr gut. All right, Outwritsland. Go ahead, Outwritsland. Ja, bleh! Oh, noch einer, der ist der da. Das sind wir uns. Ja, und gewonnen! Ja, das hat gut gezählt. Drei Mal Zeiderfälle. 120 Zieltreffen, ein Flugzeug abgeschossen, drei Ausfälle, zwei Schiffe zuerstören, Brandgesteckt sechs Mal durch. Erster Platz, sehr gut. Wunderbar. Ja, Brandgesteckt, dass man sich nicht viel zählt nehmen, mit AB jetzt mehr zählt. Ja, wenn man es so anschaut. Aber, äh, gleich. Gute Runde gesehen, muss ich sagen. Sehr gute Runde gesehen. Ja, da durchzusammeln, bis er wieder, äh, bis er wieder da ist. Äh, mal hören wir da, was müssen wir. Ach, hört. Wie das. Finde ich geile Magina. 8881. 8881. Schrei. Schaffen wir besser. Also. Kurze Runde, schnelles Gefecht. Äh. Kann man mir sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.